So, meine lieben Freunde der Let's Plays, willkommen zurück zu Harry Potter, die Kammer des Schlöckens. Oh, Nux, nicht jetzt bitte. Wir sind in Folge 9 gekommen und ja, ähm, also ich stehe immer noch im selben Pixel, aber im Gegensatz zum letzten paar hat sich einiges verändert. First time, we got some new monsters, es ist massive, new monsters, ähm, der goldene Ritter. Ich bin der goldene Reiter, oh mein Gott, das ich den jetzt ausgepackt habe, das zeigt, ich bin absolut retro-nerd. Nein, nein, ist das nicht so. Ja, den Kreuzritter hab ich leider nicht nur noch mal gefunden, um ihn zu scannen. Dann den Fechter, dann auch hier den Cavalier neu gefunden und gucken mal, das ist noch neu. Erstmal schnell durchgucken hier, der, ja, Bow-Trugger, äh, der, der Bogentroll, oh, ne, Bow, soll einen bestimmten Baumwehr darstellen. So, dann gucken wir mal hier, äh, hab ich schon, ja, ähm, halt neu, nicht neu, ja, klar, hier die böse Schädel, ich auch schnell hab hier. Ja, die haben wir auch noch ein paar mal gesehen, ähm, hm, ist halt nix neu. Ja, hier, die Geister, Ratte, 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 Wichtel, Rocklums, der Wölfchen, Fenrir, würde man jetzt in Final Fantasy-Sprache sagen. Du hast halt die Feuerschnecke gefunden, die war auch neu. Ja, ist einfach nur resistent gegen Insendium, sonst ging altverwundbar. Großer Bauchfüßler mit demselben Text. Juhu, krass. So eine spuckende Schlange gefunden. Ich weiß nicht, ob das im letzten Paar auch schon so war, aber ich hab die auf jeden Fall jetzt öfters gesehen hier. Und die, guckt euch sie an, die ist voll eklig. Ne große Spinne, aber von dauerlich alles Mögliche. Die hat auch nicht viel drauf, aber gut, die sieht trotzdem ekel aus. So, dann haben wir hier nur ne große, ekelhe Kokon-Spinne gefunden, die resistent gegen Flipendus ist und, äh, empfindlich gegen Incendium. Die kann leben, voll fies. Eine Spinne, die einen Erwachsenen in weniger als 30 Sekunden komplett einspinnen kann. Äh, ein little creepypasta, ist ja nicht Gott. So, äh, hier, das ist auch cool. Äh, eine Spinne, die in Baumwipfel, die ihre Netze spinnt, um Vögel oder Affen zu fangen. Ist klar, Affen. Was ist das für Spinne, bitte? Ein Reptil-Dinchen, ohne Beine. Weißt du, wird Gift freigesetzt. Genau, das kennen wir schon. Ja, die hat, wie gesagt, dieselbe Beschreibung. So, dann gucken wir mal, äh, der Tossa hatte ich auch schon, ja, aber es kam noch mehr der Neue dazu. Hier, der wilde Harni, den habe ich neu gefunden. Ein Vogel mit einem wunderschönen Federkleid. Sein Schrei ist tödlich für den Basilisken. Ja, das ist mir auch neu. Dann sollten wir den dafür mit ins Finale nehmen. Oh mein Gott, ich habe gespoilert. Äh, dann habe ich noch den Tarantula-Falke gefunden. Schon wieder, ich möchte meinen, den habe ich schon mal gefunden, aber egal. Verwunden war durch Flipendo. Kann vergiften. Ja, die Wespe ist so abart davon. Und dann, äh, jemand habe ich noch gefunden, möchte ich meinen. Naja, gut. Wir werden am Ende sowieso wahrscheinlich noch alt durchgehen. Ich will jetzt auch die Zeit nicht verschwenden hier. Äh, wir haben auch gelevelt. Ich bin, ich glaube, mit Level 21 aus einem anderen Part raus. Jetzt bin ich Level 30. Aber Geldfarm ist so fucking episch scheiße schwierig in dem Spiel. Und dann habe ich auch noch einen Fehler gemacht. Ich habe wieder Frottis gekauft, das ist das Beste. Aber die können, der konnte den Frotti anziehen und die konnte den Frotti anziehen. Den musste ich die Kutte kaufen und, äh, Ron, gebraucht den, gebraucht nochmal. Der füllt sich nur in gebrauchten Sachen wohl. Aber die hier konnten sie alle Bede tragen. Das ist voll fies. Das habe ich voll nochmal 500 Geld erstmal richtig in den Sand gesetzt. Weil ich habe natürlich 200, 500er bezahlt, aber kriege nur 200, 200, 250 wieder. Fail. 500 Sickel in den Sand geschissen. Naja, gut. Aber jetzt haben die ganz gute Werte. Alter, Ron hat jetzt 70 Defense. Auch sie hat jetzt mal ein bisschen bessere Verteidigung. Wenigstens mal 40. Und was mir auffällt, ist, was ich denke, ein bisschen ironisch finde, ist, äh, Ron hat eine 38 magische Stärke, mehr als Harry. Und Harry ist der lahmste, heilig ist Harry, der schlecht ist, aber Ron macht sich manchmal schlecht wegen seinem, ich verletze mich selbst, starb gescheiße. Und sie ist, ja, gegen physische Angriffe schon sehr verletzlich, muss man sagen. Wir haben auch schön viel, äh, Items gesammelt hier, was die ganzen Tränke angeht. Die sind immer irgendwie mehr geworden. Finde ich aber gar nicht schlecht. So, würde ich sagen, gehen wir rein, ich, äh, ahne ja mal, dass mit dem Quidditch jetzt ein Minispiel kommt. Oh ja, let's zock. Schön, Gryffindors, Sucher wieder zu sehen. Achso, achso, okay, gut. Bist du bereit für eine kleine Quidditch-Wiederholungsstunde? Ja, klar. Nun, ich denke schon. Erste Frage, wo wird Quidditch gespielt? Na, auf dem Quidditch-Platz, unter freiem Himmel, alle reiten auf Besen. Richtig, und was ist der goldene Schnatz? Der Golden Snitch. Ein kleiner, schneller Ball, der ab und an im Spiel auftaucht. Richtig, und was ist die Aufgabe des Suchers? Na, den... Versuchen, den goldenen Snitch zu fangen. Ja, da ist übrigens, äh, im ehemischen Snitch. Noch eine letzte Frage. Was passiert, wenn der Sucher den goldenen Schnatz fängt? Wenn der Sucher den Schnatz fängt, erhält dein Team 150 Punkte und das Spiel ist vorbei. Alles richtig, gut gemacht, Harry. Wie wäre es mit einem bisschen Flugtraining? Quidditch, fliege mit dem Besen übers Spielfeld. Quidditch fällt und versuche, den fliegenden gelben Ball goldenen Schnatz zu fangen. Schnappst du ihn vor, dem ehemischen Sucher hat deine Mannschaft gewonnen. Aber das ist nicht so einfach. Es gibt drei magische Bälle. Klatscher und andere Spieler Treiber, die dich vom Besen hauen wollen. Alter, jetzt geht's hier los. Jetzt wird's richtig kompliziert wahrscheinlich. Lenke den Besen mit Steuerkreuz oben, unten, links, rechts. Jetzt drückst du gleichzeitig den A-Knopf, wird der Geschwindigkeitsschub aktiviert. Okay. Bist du an dieses goldenen Schnatz, ist drückend ein B-Knopf, um ihn zu fangen und so das Spiel zu gewinnen. Am gelben Punkt auf dem Radar unten im Bildschirm kannst du jederzeit sehen, wo sich der goldene Schnatz befindet. Auch wenn er auf dem Hauptbildschirm nicht mehr zu sehen ist. Oh, wie fies. Das war ja easy. Für dein erstes Training in diesem Jahr war das gar nicht schlecht. Wir sehen uns dann bald wieder, Harry. Okay, so 2D-mäßig. Macht, dass ihr wegkommt. Ich habe das Feld für Gryffindor gebucht. Sind wir, sonst haben keinen Zutritt. Tja, Pech für euch. Ich habe einen befreundet, Professor Snape persönlich. Unterzeichnet Erlaubnis. Wir müssen unseren neuen Sucher ausbilden. Und wer soll das sein, Malfoy? Na, ich natürlich. Ich muss doch meinen neuen Nimbus 2001 ausprobieren. Das ist das allerneueste Modell. Der schnellste Besen überhaupt. Mein Vater war so großzügig, unsere ganze Mannschaft damit auszurüsten. Käufling. Warum habe ich eigentlich die zwei zum Quidditch-Rennen mit denen? Das habe ich immer verwirrt. Warum trainiert ihr nicht? Ey, was macht der denn hier? Ich bin der neue Sucher der Slytherins. Wie findest du unsere Besen? Sieh sie dir gut an. Denn beim nächsten Mal wirst du sie nur noch als Streifen am Horizont erkennen können. Hey, das ist unser Sucher, weil er Talent hat. Er musste sich nicht, weil sie das Team einkaufen. Ja, genau, sieht es aus. Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammbuder? Oh mein Gott. Die Szene kennt glaube ich wieder, was den Film gesehen hat. Schlammbud, wie kannst du das machen? Dafür musst du bezeichnen. Ich glaube, ich weiß, dass es kommt. Oh, pfff. In der Zauber ist er hinten losgegangen. Ron, bist du okay? Ihhh, ganz grün im Face. Haha, voll geil. Wapp, ihhh. Jo, er spuckt Schnecken. Ist der dein Frühstück nicht bekommen, Miesli? Haha, voll geil. Das ist so cool, dass wir ihn umgesetzt haben. Wir bringen ihn besser zu Hagrid. Er kann sicher etwas dagegen tun. Ja, ein Eimer. Wapp, oah, wie eklig. Oh, spei. Ihhh, wie eklig. Haha, Ron hat nur Probleme in dem Film gehabt, irgendwie. Du hast das erste Quiddich-Training, als das Schuljahres abgeschlossen. Geh zum Sammeln für eine Hulde in den neuen Kartenkombi, yo. Later, please. So, das war jetzt ja ein Kultetspiel. Ein Kultetspiel, Mann. Achso, Hagrid ist ja im Westen. Hagrid ist ja Wessi. Da, da. Ich finde, Hagrid ist ein sehr sympathischer Geräte, auch im Film immer. Ich finde Hagrid einfach cool. Er hat so einen riesig geilen fliegenden Moppet. Finde ich extrem cool. So, ist das hier oben jetzt? Ja, hier. Hagrid, hilf uns. Ron kutzt Schnecken. Hagrid, wir brauchen deine Hilfe. Ron ist krank. Aber wie eklig. Oh nein, was hat der Junge gegessen? Ist sein Zauberer nach hinten losgegangen? Mir ist mal etwas Ähnliches passiert, aber da kamen Sardinen aus meiner Nase. Bitte, wie können wir das abstellen? Das ist der blanke Horror. Haben die Leute auch bei den Sardinen auch gesagt. Aber brech. Voll geil. Die Schnecken empfehle ich als Sirup-Bonbons. Da hauen die Viecher in ein paar Minütchen ab. Hast du welche? Nee, aber die Zutaten sind im Garten. Geh sie holen, dann mache ich Bonbons. Hier die Liste. Wo kommst du zu, Toilisten? Okay, ich muss wieder im Garten irgendwelchen Käse sammeln. Wirst du ein Augerfront... Achso, wirfst du ein Augerfront, während wir die Zutaten holen? Ja, mache ich. Ich hole wohl besser einen Eimer. Danke, Hagrid. Und wie sie verlässt die Gruppe. Ihr Kotz-Schnecken. Voll eklig. Wie guckt euch das an? Das sind eklig. Wie sieht das aus? Einfach nur... Oh, das ist so reulig. Ich habe mir das im Film vorgestellt und fand das so eklig. So, im Garten soll da irgendwann sein. Achso, wir gucken, wo die Zutaten ist. Äh, hallo. Danke, liebe Stolkreuz. Ja. Kakaobohnen, Gamanda, Tentakula-Saft, Baldrian, Jesuitentee. Was für eine Gölle. Okay, im Garten. Wir gucken, wir klicken einfach alle Büsche an und dann ist alt cool. Achso, oder hier, oder wie. Gehen wir mal hier hin. Ah, das ist ja kurz Garten. Lass uns vorsichtig sein. Man kann nie wissen, was hier so alles wächst oder einen anspringt. Oh. Another Dungeon. Ja, another Dungeon. Was haben wir hier? Kakaobohnen. Das ist so klein und braun. Das sind Hasengrumpeln sollen. Angriffskombi. Oh, cool. So, wir gucken, ob wir hierfür Gegner finden. Du, du, du. Ba, ba, li, lo, da. Eine Kackspinne. Die werde ich jetzt erstmal umklatschen. Du, 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 du. Ba, 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 da, 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 ba, da. Du bist tot, Mann. Durch ein Fussel. Fussel, Schüssel, bisschen in den Hinsel. So, wir können da Beifall klatschen hier. Ah, Gamanda. Oder wieder zu... Okay, so ein Huhn. Ein Damage, also sweet. So, du frisst den Insendio-Kumpel. Insendio-Huno. Futsum. Kabam und burnen. Da ist das Huhn schon da. Und Schusikowski! Dreckshuhn! So was machst du? Oh ein Damage! Das ist ja sweet! So du bist flippendorin- Ach so ja stimmt Hermine ist dran und die hat noch kein Flippendor! Ka-bam! Shockwave! Woah! Fucking twist him! Das sieht voll geil aus! Ka-bam! Und 0-Schein! Ja besser! Noch schlechter kannst du nicht mehr werden, Kumpel. Flippen-Nono. What's up-kabam. Wutzt. Tschüss, Sikowski. Wir sind natürlich jetzt so ganz schön... Hey, überlevelt, weiß ich nicht. Kann ich schlecht sagen. Oh, hey-la-la-la. Thanks. Oh, fünf Magie-Punkte ist schon geil. Richtig episch. So, hier war der Kotzleander, oder wie der heißt. Der Kapp hat schon mehr vergessen. So, ich sehe schon, das ist ein richtiger... Richtiger... Garten-Käse. Wie scheiße. I don't like those Garten- Oh, oh. Jesuitent-Tee, oder wie der Käse hieß. So Bonbons. Also original im Film hat er einfach so lange gekotzt, bis er aufgehört hat. Oh, nee. Oh, no. Don't tell me there's a boss. Oh, yeah. They tell me there is a boss. So, geh mal aus der way. Ja, Baldrian. Baldrian benutzt man ja zum Beruhigen. Gibt's ja wirklich, ne? Oh, mein Gehundes. That's way too much. Oh. That's way too cute. Der Diener soll so wenig Schale machen. Na gut, egal. Ist egal. Ich mach einfach mein Ding und hau' den alle einfach um. Ba-la-la-la-la-la-la-la-la-ba-bam. So, warte mal. Der Wolf macht aber ganz schön Scham, wenn der richtig trifft. Äh. Welche Schwächen hat der nochmal? Scheiße, ich muss nochmal kicken. Wo war der hier? Irgendwo hier unten. Genau. Guy-Trash. Vermutbar durch Bemelius. Sagt er dir doch gerne, weil, äh, da muss ich noch ein bisschen Level mit. What's up, kabam! What's up, what's burn! So, Harry, eigentlich müsste ein Duo ausreichen, ne? What's up, kabam! Ne, nicht ganz. Schade. Dass man immer so schlecht einschätzen kann, ob das ausreicht. Mmh, kabam! Wenn ich so ganz nebenbei, hat sie bei Bemelius die zweite Stufe erreicht. Fühlt dich wunderschön. So, ich weiß nicht mehr. Ich glaub, die Schildkröte hier war gegen Flippendo anfällig, ne? Kabam! Twisting Mode! Eat this, motherfucker! Kabam! 31 Schaden ist nice. Ouch! Oh, der macht sogar bei Harry 4 Schaden. Und kabam, burn! Null. Okay, aber kein Leben. Die, 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 du, 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 du. Kabam und stärker haut rein. Oh ja, schön. So, Harry, nochmal, wer der Flippendo, du, Unus, das, Dress, wie die nicht alle heißen. Kabam! Durchgetwistert. Musste man so einen Wurbelström-Effekt haben? So wünschlos, gleich wie bei Pokémon-Kristall. Bam, balada. Du kriegst jetzt aufs Maul. Warte mal hier, wir machen mal hier. Ihr könnt euch das Neue gelernt. Hier, guck mal, sei etwas vorsichtiger. Mecha-Modus. Ah, guck mal, ist ein Gruppen-Modus. Geil. Warum hat das jetzt bringen? Leider und Knopfe und so. Die Schnecke mal, glaube ich, mit Duo ganz gut zu bekämpfen. Und dann, kurz ab, burn! Yo, nice! Autsch, oh ja, ein Schaden. Damit kann ich leben. Ein Schaden ist so ein Minimum, das kannst du gerne machen. Oh, sie hat kein Duo, deswegen wird das nicht ausreichend. Bats, bats, burn! Ist doch einfach egal. Kurz ab, bats, 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 burn! Moin, tschüssigowski! So, ein paar Schnecken gekillt. Oh, richtig episch! Fette XP und Termine kriegt zwei Mannschaft Verteidigung mal. Wow, ist ja mal selten, dass mal so viel Aufstieg dabei ist. Aber gut, so, wir haben vier Mittel. Also, es wird mich nicht wundern, wenn das Fünfter beim Boss ist. Und wir haben ja auch genug Level, von daher. Reden die Bucht! Oh mein Gott! Pflanze! No, don't eat me! I'm not tasty! Halte ich vom stechenden Nesseln, Ranken und dem gefräßigen Maul fern. Okay, whatever! Das kann mit Täuben, das finde ich nicht cool. Das ist echt scheiße. So, machen wir hier mal... Mh, Zauberstabtechniken für Hermine. Man kann sich gar nicht selbst anmeckern. So weit nimmt man wohl Eigenkritik. So, Harry! Hau mal! Ach, der Trier rein! Furtzebben! Boah, der macht aber gut schon! Der hat aber nicht viel K.P. Oh, 30 Schaden macht der Alte! Das ist aber nicht nett. Bats, bats, bam! Oh, der Trier geht aber auch. Komm, wir probieren mal Incendio aus. Er findet das für fun. Er muss das Level noch, also von daher... BAM! Motherfucker! Boah, der macht aber gut schon! Oh, doah! Okay, bei Harry macht es nur die Hälfte an Schaden. Das finde ich schon mal gut. So, Hermine, reicht das bei dir? Na, natürlich nicht, ne? Na, Harry setzt noch einen drauf. Und ein Tresikowski! Bats, bats, bam! Du bist totkumpel! Harry freut sich den Keksrichter da oben. So, Erfahrungen sind eher mautendakula-Saft. Das ist jetzt alles! Wir bringen das schnell zu Hagrid, bevor er noch mehr Schnecken auskotzt. Sie geht weg. Oh, jetzt rennt natürlich noch mal einen rein. Das musste ja kommen. So, wieder so ein Vergiftungsdrecksviecher. Lädt mich doch in Ruhe, Mann. Hermine haut mit dem Zauber übrigens übel rein. Oh, 53 Schaden. Das haut er doch rein. Da ist der Gegner doch gleich tot. Schwuss, 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 schwuss. Come on! Tschüss, Sikowski-Spinne-Schlange. Whatever. No, don't vergift mich! Nicht cool! Warte mal, ich glaube, du warst hier so ein Opfer, ne? Flippendo Uno! Come on, wave! So, wenn Harry jetzt noch... Öh, nein. Wenn Harry jetzt noch ein Duo reinhaut, dann müsste das reichen. Tschüss, Mann! So! Danke für den Beifall, Hermine. Das ist klatschlein, aber kein Beifall. Oh, na denn. Ich kann mir ganz schnell Ron helfen. Jede Frau, die das gesehen hat, würde ihn nie wieder küssen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ging es denn hier wieder raus? Die ist ja voll eklig. Die Vorstellung ist schon poliiert irgendwie. Aber cool. War im Film cool und besetzt, finde ich. Nein, ich glaube, ich muss doch immer mal die Bücher lesen. Ich finde die Reihe an sich sehr geil. Weil das hat jeder nicht so insgesamt von der Harry Potter-Reihe. So, ja, muss nicht meins. So. Schön, da seid ihr ja wieder alles gefunden. Ja, hier ist alles, Hagrid. So, jetzt bist du wieder... Ah, nee, ich dachte, es gibt, 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 gibt. Na, ein paar Sekündchen, dann sind die Dinger fertig. Alter, durch Ron. So, hier kommen die Sirup-Bonbons. Ich hoffe, du kriegst sie runter, Ron. Oh, es geht schon besser, danke. Danke, Hagrid. Das hat geklappt, Ron. Du siehst aus, als könntest du etwas Ruhe vertragen. Wir bringen dich besser nach Gryffindor zurück. Stellt sich zu der Gruppe. Yeah. Du hast geholfen, Ron von seinem Fluch zu befreien. Du kannst dir im Sammelfall eine neue Karten-Combination abholen. Wunderschön. So. Hallo, Harry. Schön, dass du mich besuchst. Kannst bleiben, solange du willst. Oh, cool. Einfach mal übernachten. Sind hier irgendwelche Karten in seinem Bett? Weil ich habe keine Ahnung, was untersucht. Am besten im Schrank suchen. Schrank ist am wahrscheinlichsten. Da wurde aber wieder Überlebungsdrang. Cool. Noch nie gebraucht, übrigens. Bin da noch nie einmal Game Over gegangen. Das ist wahrscheinlich bloß eine Frage der Zeit, bis der Bossgegner kommt. So, ich würde sagen, er hat recht. Wir verpissen uns wieder. So, wieder ab in unser Häuschen. Ich habe für mich selbst eine Abkürzung gefunden, die ich so halbwegs ertragbar finde. Und zwar tatsächlich die, die unten durch Slytherins Häuschen führt. Ja, durch die Ghetto-Gruft hier. Da, wo die Emos rumgammeln. Ist hier noch was? Nö. Schade. So, nämlich das Ding hier dafür direkt in... Äh, waaat? Deine Mutter! Warum ist das verschlossen? Ja, da ist bestimmt noch irgendein... Ja, da ist bestimmt noch irgendein Event unterwegs. Ja, wettig mit euch. Ja, wettig mit euch drauf. Ja, theoretisch war nach dem Quidditch-Training im... Ah, ja, guck mal hier. Oh mein Gott, okay. Da seid ihr, Potter? Wiesli, ihr werdet jetzt ab sofort... Äh, jetzt sofort eure Strafarbeit erledigen. Äh. Was müssen wir denn machen, Professor? Du polierst mit Mr. Filch das Silber im Pokalzimmer. Und du, Harry, gehst in Professor Lockhards Büro und hilfst ihm dabei, seine Fanpost zu verantworten. Sofort! Äh, mh... Filch wird mich die ganze Nacht da behalten. Ich würde jederzeit mit dir tauschen. Du wirst auch noch für deine Untaten belohnt. So, ein Glück möchte ich mal haben. Äh, belohnt. Dit ist doch klar. Jetzt muss ich jetzt... Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin nicht Freunde. So, Leute. Wir sind über 20 Minuten angekommen für heute. Ich glaube, wir haben auch ein Video geschafft. Wir haben Ron gesehen, wie er sich selbst verskappt hat und sich selbst entskappt hat. Okay, da waren wir ja. Egal. Wir haben ihn Lutschbombons. Ist das ein Buch rausgeweßen? Ich glaube, ihr habt mir erzählt, dass die ersten Teile von Game Boy Color sich mehr an den Büchern orientieren als an den Filmen. Was ich eigentlich cool finde, weil das zeigt, dass da mehr Arbeit reingesteckt wurde. Weil so einen Film zu gucken, ist natürlich schnell leer, macht halt so ein Buch durchzulesen. Na gut, von nachher würde ich sagen, wir sehen uns wieder am nächsten Mal von Harry Potter. Die Kammer ist reckens. Ja. Der nächste Fall kommt erst am Samstag. Denn morgen am Samstag, wenn ich das richtig rechne, dann kommt der erste Part von Assassin's Creed 1. Wird extrem geil. Ich sag euch, Leute, müsst reinschauen. Alle reinschauen. Nein, egal. Ähm, ja, bis dann. Ja, was kann ich sagen? Macht's gut. Haut rein. Tschüss, Kopske und ciao.